Ich bin von Amsterdam, Holland, und wir sind hier für zwei Wochen in Soest. Ich war nicht sicher, was zu expect. Gute Wetter. Es ist ein Bonheur, und wir sind komplett in Sicherheit. Das Entertainment hier im Club ist klasse, macht sehr viel Spaß, viele unterschiedliche Dinge. Die Kinderbetreuung, die für uns sehr wichtig war, ist traumhaft, von daher können wir den Club Magic Life Afrikaner nur empfehlen. Jeder ist sehr, sehr freundlich, die Animation-Team ist gut, sie versuiden sich, alle lustige Aktivitäten machen, wie das Wasser-Polo, die Archerie. Für mich gibt es viele interessante, historische Pläne, natürlich ein schönes Meer, eine schöne Beach. Ja, das Personal ist wirklich sehr nett, die Anlage ist wirklich extrem grün, wir mögen das. Ja. Und ja, das Wetter ist halt toll, in Tunesien, fast immer, denke ich mal. Und der Pool ist am besten hier. Der Pool. Der Pool ist toll. Es ist absolut schön, es ist hervorragend. Und alle sind so freundlich hier. Es ist, um, alle sind sehr, sehr willkommen. Es ist sehr, sehr willkommen und die scenery ist einfach so schön und, und, genau, der Hotel ist einfach so schön. Es ist absolut schön, es ist unglaublich. Es ist, um, alle sind so freundlich hier. Es ist, um, alle sind sehr, sehr willkommen und die scenery ist einfach so schön. Und, genau, der Hotel ist einfach so schön. Wir haben wirklich so viel Spaß. Ich mag es sehr gerne hier, weil ich mag die tunesische Gastlichkeit, die Freundlichkeit, die ganzen Menschen hier und ich komme immer wieder gerne hier hin. Das Essen mag ich sehr gerne. Genau, Couscous. Aber ich finde mich gut und ich hoffe, dass ich hier noch lange bleiben werde. Wir hoffen. Mit der Familie, oder? Ja, meine Mutter ist eine Tunesin, das ist meine Freundin, das ist ein Cuginetto. Eine sehr schöne Familie. Tunesien ist ein schönes Land, immer wieder schön. Man kann hier ganz in Ruhe Sonne tanken, vor allem ist es sicher. Es braucht keiner Angst zu haben, nach Tunesien zu fahren. Ich würde sagen, definitiv, definitiv ein Buch, um hier zu kommen. Es ist das schönste Ort, das ich in meinem Leben besucht habe. Es ist sehr, 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 schön, schön, schön. Ich würde sagen, es war die beste Lieblings-Destination ever und dass sie alle kommen sollten. Tunesien ist großartig. Es ist gemütlich. Betty Herrmann, das ist der größte Lieblings-Destination nicht.